Shippy Pro ist das perfekte Tool, um den Versandprozess Ihres Shopify Shops zu vereinfachen. Mit Shippy Pro können Sie alle Ihre Vertriebskanäle und Spediteure an einem Ort verwalten. Der gesamte Versandprozess ist verbunden, sodass Sie jede Phase steuern können. Verbinden Sie Ihren Shopify Store mit Shippy Pro, indem Sie sich einfach anmelden. Ihre Bestellungen werden automatisch alle 10 Minuten importiert. Shippy Pro vergleicht automatisch die Tarife Ihres Spediteurs und wählt automatisch die für Sie beste Option aus. Ihre Versandetiketten automatisch erstellt und können ausgedruckt werden. Und die Trackingnummer wird bei Shopify automatisch aktualisiert. Was ist also mit Ihrer Sendungsverfolgung? Shippy Pro informiert Ihre Kunden proaktiv über Änderungen des Lieferstatus dank Tracking-E-Mails. Mit dem neuesten Tracking-Update erhalten Sie Zugriff auf ein benutzerfreundliches Tracking-Dashboard. Auf diese Weise wissen Sie jederzeit genau, wo sich die Sendung befindet. Durch die Automatisierung Ihres Versandprozesses mit Shippy Pro werden Sendungen oder Rücksendungen an das Zentrallager kein Problem sein. Die Plattform ist sehr einfach zu bedienen. Und Sie müssen sich keine Sorgen machen. Der Shippy Pro Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter. Das Support-Team kann in fünf verschiedenen Sprachen checken und E-Mails senden. Shippy Pro – der einfachste Weg, Ihre Shopify-Bestellungen zu versenden, zu verfolgen und zurückzugeben.